Yo, Newsflash! Wir sind hier mit einer neuen Ausgabe Newsflash, natürlich wegen der großen, dicken Nachricht. Höchstwahrscheinlich im Titel, definitiv auf dem Thumbnail, ihr wisst es alle schon. Wir reden gen Ende drüber, aus beiden Sichten sozusagen, JJ Awards Sicht und Cardinals Sicht. Ich mache Newsflash, das heißt, irgendwas Großes wird wieder passieren, genau nachdem ich den Newsflash hochgeladen habe. Oder vielleicht sogar zwischenhochladen und veröffentlichen. Wer weiß, auf jeden Fall wird irgendwas Dickes passieren heute, bereitet euch vor. Kurz wieder Eigenpromo, ich muss es ja machen, Jungs. Auf meinem Zweikaner habe ich vorher ein bisschen angefangen, wieder Videos hochzuladen. Jetzt bin ich gerade bei Detroit Become Human. Unglaublich geiles Spiel, kann ich euch nur empfehlen, definitiv. Nächstes Video aus der Reihe kommt jetzt gerade gleichzeitig online, also könnt ihr von mir aus gerne nach dem Newsflash gucken. Oder heute Abend, wenn ihr Bock drauf habt, wann auch immer. Kleiner Hinweis, das ist das vorletzte Video der Reihe. Also das kommt noch und danach noch eins und dann sind wir durch. Ich habe schon fertig gespielt und meine Fresse. Okay, die Texans und Deshaun Watson Fronten scheinen sich, wenn überhaupt, zu verhärten. Also die neuesten Sachen, die man da gehört hat, war, dass Deshaun Watson mit dem neuen Headcoach geredet hat und gesagt hat, ey, sympathischer Kerl und alles, aber Bro, ich werde nicht für dich spielen. So, ich werde nicht mehr für die Texans spielen. Und das Neueste, was man von den Texans gehört hat, war, dass sie gesagt haben, hey, wir hören uns keine Anrufe an, wir werden Deshaun Watson nicht traden. Ich bin momentan komplett lost. Ich habe eigentlich gedacht, okay, save Deshaun Watson wird spielen. So, die werden ihn definitiv nicht traden und dann wird er einknicken und spielen. Allein schon wegen der anderen Leute, die im Team sind, die einen guten Quarterback brauchen, damit sie besser performen können und so weiter. Aber Deshaun Watson scheint wirklich, klar kann auch nur für die Öffentlichkeit so inszeniert sein, aber er scheint wirklich dazu bereit zu sein, einfach nicht zu spielen nächstes Jahr zur Not und komplett sein Geld zu verlieren und alles. Und halt auch einfach ein Jahr nicht zu spielen, ein Jahr aus dem Rhythmus rauszufallen, ein Jahr seiner Karriere zu verlieren, das will ja eigentlich auch niemand. Aber er scheint dazu bereit zu sein. Deswegen meine ich, die Fronten verhärten sich. Also beide sind nach wie vor gefühlt so und sagen, mach ich nicht. Lass mich mal wissen, wer davon ist im Recht, wer davon ist im Unrecht, wer davon benimmt sich wie ein Kind, wenn nicht beide Parteien sozusagen. Es ist eine extrem interessante Situation. Ich weiß inzwischen selber nicht mehr, was ich glauben soll. Letztes Jahr war eine der großen Sachen, dass Spieler die Opt-out-Option ziehen können. Opt-out-Option ist ein bisschen merkwürdig. Egal, die konnten out-opten, um das Ganze jetzt mal ins Deutsche zu bringen. Heißt sagen, Corona ist mir alles zu gefährlich, ich will lieber nicht spielen dieses Jahr. Du hast ja die Option automatisch gekriegt von der Liga. Was übrigens cool war, das mochte ich. Die Patriots haben mir gefühlt zum Beispiel ein halbes Team verloren. Ein paar wichtige Spieler sind raus gewesen letztes Jahr. Aber am Ende haben die meisten natürlich gespielt. Die meisten dieser Opt-out-Spieler scheinen jetzt nächstes Jahr wieder spielen zu wollen. Was interessant ist, weil momentan die Lage ja nicht irgendwie... Tut mir leid, wenn ich da euch jetzt irgendwie ein bisschen Pessimismus in den Tag bringe oder so. Aber es sieht ja nicht so aus, als ob man jetzt sagen kann, oh, einen Monat noch und dann ist alles wieder normal. Das sieht ja schon aus, als würde das noch eine Weile so bleiben. Und vielleicht höchstwahrscheinlich auch keine normale 21er-Saison sein. Also normal sowieso nicht, aber auch eine sehr, sehr noch durchrunde eingeschränkte 21er-Saison. Also vermutlich immer noch mit ganz häufigen Tests und so weiter. Und wie gesagt, trotzdem viele Spieler von den Patriots, sehr viele habe ich gehört. Nate Soda habe ich gehört, die gesagt haben, ja, nächstes Jahr sind wir wieder am Start. Es sei denn, es wird halt wieder viel, viel schlimmer oder sowas. Ich denke, das liegt daran, dass die NFL wirklich wenig Fälle hatte. Dass dieses ganze System mit dem Contact-Tracing und so weiter, mit den Tests jeden Tag, das super funktioniert hat. Und dass sie deswegen sicherer sein können, wenn sie nichts verhauen, dass ihnen dann höchstwahrscheinlich nichts passiert. Und selbst wenn ihnen was passiert, dass es ganz, ganz schnell auffällt. Und dass da auch die Familien gut versorgt sind und so weiter. Interessant, natürlich cool für die Fans, wenn dann alle Spieler hoffentlich wieder spielen nächstes Jahr. Ich fange jetzt für euch heute an. Also wenn ihr das Video seht, dann habe ich meinen ersten Tag vermutlich schon hinter mir. Mit dem ersten Praktikum, was ich mache im Studium. Es ist jetzt nicht unglaublich anstrengend, weil es ein berufswelterschließendes Praktikum ist. Das heißt, ich muss mehr oder weniger zugucken und mir einen Überblick über alles verschaffen und so. Und ich habe auch einen Bearbeitungsauftrag, also es ist jetzt nicht wirklich nur Füße hochlegen. Aber ich muss auf jeden Fall meinen Biorhythmus sehr, sehr umstellen dafür. Denn normalerweise, wenn ich komplett frei hätte und alles machen könnte, wie ich will, würde ich vermutlich von 4 Uhr nachts bis um 11 Uhr oder sowas schlafen. Und das kann ich halt nicht machen mit dem Schulrhythmus. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wie ich das schaffe, Videos zu bringen und sowas. Natürlich kommt jeden Tag weiter eins. Ende April habe ich übrigens 1000 Tage hintereinander jeden Tag ein Video hochgeladen. Aber das ist eine andere Sache. Aber ja, seht es mir nach, wenn ich irgendwie ein bisschen müder bin oder ein bisschen mehr Quatsch rede über die nächsten Tage oder so. Ich werde meinen Schlafrhythmus komplett umstellen müssen. Das Washington Football Team cuttet wohl Alex Smith, Quarterback. Und übrigens, Washington Football Team kriegt den neuen Namen 2022. Im letzten Newsflash habe ich, glaube ich, 2020 gesagt. Was natürlich schon hinter uns liegt, aber ich nehme an, die meisten von euch haben es verstanden. Alex Smith soll wohl gecuttet werden. War irgendwie zu erwarten, aber es ist natürlich trotzdem traurig. Super Geschichte, dass er das Comeback nochmal geschafft hat. Und ich glaube, der Comeback-Geschichte nimmt es auch nichts weg, dass er jetzt gecuttet wird. So, er hat es geschafft, zurückzukommen. Mal gucken, ob er jetzt irgendwo anders noch einen Job findet. Mal gucken, ob er das überhaupt will. Aber ich glaube, die Leistung des Comebacks kann man nicht mehr schmälern. Das ist beeindruckend, egal, was jetzt passiert mit dem Cutten oder nicht. Ding ist dann, dass Washington halt definitiv heavy auf dem Quarterback-Markt. Es sei denn, sie wollen mit Taylor Heineke als Quarterback der Zukunft jetzt durchstarten. Oder wenigstens mal ein Jahr gucken, ob er es ist. Aber das wäre ein ziemlich verschwendetes Jahr. Gerade wenn man überlegt, dass sie eigentlich vom Teamalter und von der Entwicklung her so auf dem Weg nach oben sind. Und letztes Jahr die Division gewonnen haben, deswegen ein bisschen merkwürdig. Jetzt dicke Nachricht. J.J. Watt geht zu den Cardinals. Zwei Jahre, 31 Millionen Vertrag. Also echt einen dicken Vertrag hätte ich nicht mitgerechnet. 23 Millionen davon garantiert. Was auch nochmal echt crazy ist für das Alter, quasi für das Stadion seiner Karriere. Das Stadium, das Stadium, oder? Ja. Manchmal sind so ganz einfache Wörter, da fehlen dann auf einmal die Artikel. Ist egal. Auf jeden Fall hätte ich damit nicht gerechnet. Und das zeigt mal wieder, dass viele von diesen Gerüchten halt wirklich Quatsch sind. So. Denn welche Teams waren wirklich im Umlauf? Ganz am Anfang kurz Titans. Danach aber eigentlich Heavy Browns, Steelers, Packers. Das waren vermutlich die drei Favoriten. Und was passiert am Ende der Cardinals? Niemand hat von den Cardinals geredet. Außer natürlich die Andre Hopkins, der meinte, ey komm mal hierher. Aber ja, damit hat wirklich niemand gerechnet. Ich weiß nicht, ob es nur das Geld ist. Weil das schon echt richtig, 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 richtig viel Geld ist. Ich glaube, mehr hätte er nirgendwo wirklich gekriegt. Und zumindest nicht bei einem richtigen Contender. Denn es gibt schon Teams, die vermutlich mehr Contender sind als die Cardinals. Auch wenn die ein gutes Team haben. Aber ich glaube, auch Cardinals-Fans werden nicht bestreiten, dass die Browns zum Beispiel vielleicht momentan ein bisschen besser aufgestellt sind. Die Packers, was auch immer. Die Steelers vielleicht. I don't know. Ich nehme an, es ist eine Kombination aus Geld und dem Scheme. Weil es ein sehr, sehr aggressives System ist. Du musst nicht viel lesen. Du musst nicht viel reagieren. Sondern einfach Abfield. Und das ist was, wo J.G.R. Watt schon sehr gut gespielt hat in der Vergangenheit. Also für seine Verhältnisse nochmal sehr gut. Ob es gut ist für die Cardinals, weiß ich nicht genau. Denn man kann nicht wirklich davon ausgehen, dass nach den zwei Jahren noch viel kommt. Die zwei Jahre werden ihnen, oder in den zwei Jahren müssen sie ihm sehr, sehr viel Geld geben. Und ich weiß nicht genau, ob die gerade in der schweren Division wirklich jetzt schon Super Bowl ins Auge nehmen können. Und da wären die 23 garantierten Millionen und die 31 insgesamt vielleicht besser investiert gewesen in Depth. Also mehr Hintergrundspieler, sage ich mal. Oder mehr junge Spieler, die eventuell sich verbessern. Das ist aber so eine Sache, da bin ich genau 50-50. Ich kann mich dann nicht entscheiden, ob es cool ist, einen aggressiven Move nach vorne zu machen. Der wird auch der Kultur weiterhelfen. Und den jungen Passrushern, wenn die lernen können von ihm auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite von... Dreck, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Denn Chandler Jones, meine Fresse, gibt gefühlt nichts Besseres, was du haben kannst, als junger Passrusher in der Liga. Also ich denke, es ist schon ein ganz cleverer Move von den Cardinals, obwohl ich ihn vermutlich nicht gemacht hätte. Als letztes, wie immer, noch ein Shoutout an all diejenigen, die sich entschieden haben, den Kanal nicht nur durch Gucken und durch Likes zu unterstützen, was schon unglaublich weiterhilft, sondern zusätzlich noch durch einen Geldbetrag monatlich. Das sind alle meine Mitglieder. Mitglieder kann man in drei verschiedenen Leveln sein. Extra Shoutout natürlich an die Mitglieder am höchsten Level, an alle meine Pro-Baller. Shoutout Samu San, TJ Ryan, Van ODC, Tim Steuernagel, GGT, auch bekannt als Lucas Paul, sein Channel, Blindage 91, Steve Arizona, Nick 4, OBJ, Jax Nation, Austria, Max Ambitious, Stefan Gruner, Marcel Goff, Alkenz, Jonas Eberlei, Leon Schulz, Nacho Out, Levin Faust, Nikola Schradius, Marcel, Jets Army, Kanaligen, Window 2, Yankee Tango, Patrick Schneider, Tobias Mangold, Jakob Seahawks, Mirko, Christian Riegerd, It's Pretty Eyes und Hannes Walder. Dickes Shoutout an euch. Wisst ihr, was krass ist? Wie lange sich einfach diese letzten mindestens 10, weil das halt meistens meine letzte Seite ist, wo ich 10 drauf habe, bestimmt aber 12, 13 oder sowas nicht verändert haben. Die sind gefühlt seit Anfang an einfach schon immer gleich. Alles klar, das war's mit dem Video. Hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr aber durch mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.